Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, ist eine der führenden deutschen archäologischen Fachzeitschriften, die von der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts herausgegeben wird. Sie erscheint seit 1917 derzeit zweimal jährlich und enthält Aufsätze und kleine Mitteilungen zur Archäologie Alteuropas sowie Rezensionen auf Deutsch, Englisch und Französisch. Der erste Band erschien unter dem Titel Korrespondenzblatt der Römisch-Germanischen Kommission des Archäologischen Instituts. Zwischen 1917 mit Band 1 und 1943 mit Halbband 2 von Band 27 erschien die Zeitschrift in regelmäßiger Folge. Halbband 4. März 27 erschien erst 1949, der für 1944 geplante Band 28 erst 1950. Seit 1951 erscheint die Zeitschrift wieder regelmäßig ab der Nummer 29. Die Zeitschrift erschien in folgenden Verlagen 1917 bis 1920 Bär, Frankfurt am Main, 1921 bis 1931 C. C. Buchner, Bamberg, 1932 bis 1975 Walter D. Gräuter, Berlin. Seit 1976 erscheint sie im Verlag Philipp von Zabern in Mainz. 1992 bis 1993 wurde in zwei Beihäften der Zeitschrift der Sachkatalog der Bibliothek der Römisch-Germanischen Kommission veröffentlicht.